Ich hätte mal ein echtes Tag gehabt, das mit Scheiße enden. Ich hätte mal ein fixes Tag gehabt, das mit Scheiße enden. Das ist echt beschissen für uns. Da muss ich auch denken. Diese Stimme! House of Cards, Digi! Der Franky! Der Franky Underwood! In einem guten Jahr. Und warum kommen diese Leute nach Andy? Super Stimme! Oder ein paar Kicks. Mit den Pappen. Hihi! Durch den Lego an und alles. Und dann sollte man eingehen. Normalerweise grüllen. Auf dem Friedhof. Auf dem Friedhof. Auf dem Friedhof. Es ist egal, woher du kommst. Most of Joe week, oder. Super. Es geht nur darum, welchen Weg du gehst. Echt cooler Hirten. Echt cooler Hirtenpony. Na schlecht. Tussi muss irgendwo in diesem Gebäude sein. Du wimmelst bestimmt von den Pendejos, die sie entführt haben. Sechs Monate. Okay. Bist du eppert. Ich hab da was für dich. Militech Trainingssplitter. Was du einfach im Fresse polieren brauchst. Lust auf ein paar VR Zielübungen? Und du jetzt an eine Ecke friezen? What the fuck? Militech. Militech? Jack, das ist streng geheime Militär-Tech. Wie bist du da rangekommen? Zibag. Und sie hat's ein bisschen aufgepeppt. Achja? Weil sie es besser kann? No. War nur nicht ihr Style. Wirst sehen, was ich meine. Na gut. Okay. Kann ja nichts schaden. Kann. Kann nichts schaden. Haben wir zwar eh schon 20.000 Mal gemacht, aber... 20.000 Mal. Ist auch in Ordnung, oder? Beginnen wir mit einfachem Kampftraining. Dieser Durchgang wird zu spät in unsere Urteilung aufgezeichnet. Alles klaro. Figli. Dieser Kurs wurde dafür geschaffen, die grundlegenden Kampffähigkeiten zu stärken und ihre Reflexe zu verbessern. Die Fähigkeiten, die sie hier erlauben, werden ihnen helfen, auf dem Schlachtfeld zu überlegen. Ich werde sie im Umgang mit Feuerwaffen, dem Einsatz von Tarn-Taktiken und dem Hackenfeindlicher Netzlab instruieren. Denn bei Melitec haben wir... Aaaaah! Bei Melitec haben wir nichts drauf. Außer natürlich hirntote Chromtrottel zu züchten. Und jetzt... Station 1, du Madel! Bist... 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 Bist ... Bist... Bist Dauerfeuer mäßig. Machen wir es ein bisschen interessanter, okay? Mhm, muss ich nur bedrückt halten und schüsse ein paar. Nicht übel, aber es ist realistischer, wenn das Ziel sich wehrt. Das ist geil. Ich steh nicht rum, geh in Deckung. Wenn sich das Ziel... Ja, okay, ich wollte gerade sagen, so. Ja, ja, damit du immer so drüber schauen kannst, gell? Ja, nicht sicher. Uh, fühlt sich geil an. Du wurdest verletzt. Mit dem Reanimator heilst du dich. Ah, zwei Sticker habe ich. Ah, Wahnsinn. Muss ich wieder einsammeln, 100 Stück, oder? Muss ich wieder 100 Sticker einsammeln, ah, Wahnsinn. Wie schon, wie der ein oder andere schon einmal von 1 auf 2 laufen fällt, der Hund. Der ein oder andere, geil. Ah, boah, nein, ich meine die Deckung verlassen, Alter, du Hund, du. Ja. Und schüsse vom Ball, ich weiß es nicht, wo er hinzieht, aber okay, passt. Mein, der zieht ja irgendwo hin, der Havara. Stell dich auf die Plattform, dann geht's weiter. Oh, ich bin der Arm, Alter. Der zieht, der zieht ja irgendwo hin. Als nächstes steht Hecken auf dem Menü. Ich habe das Kursmaterial ein bisschen gewürzt. Das hat man gleich gewehrt gehabt. Das ist ihr Element. Das ist ihr Element. Das tagt ihr gleich einmal. Das ist ihr Element, Alter. Wahnsinn, Alter, Wahnsinn. Merkt man sofort, Alter, merkt man sofort. Das ist ihr Element. Da kann jeder schießen, geht. In diesem Trainingsmodul lernen Sie heute, wie hektisch in den Bildschirm, um die Wache abzulenken. Ach so, ich habe nicht geschaut, jetzt auf vier Glück. Steel vor Substanz. Gut, jetzt schalte ihn leise auf. Ah, ich hoffe, das Ding bleibt nur ein bisschen länger. Jetzt wäre ich nicht schlecht. Packen. Machen wir nicht tödlich. Wir sind hier nicht so. Und auch ein Knackbuch. Na liebend gern, das ist ein Schloss, der hier nur der Havara. Das ist ja Wahnsinn, Alter. Das ist ja Wahnsinn. Macht ein klein Snickerchen in den Hund. Ablegen tödlich. Oder? Für was habe ich ihm dann eigentlich quasi nicht heimdraht, wenn er erst recht dann tödlich meier geht. Da schau, einmal. Okay, den muss ich wieder töd. Da ist die Farbe gespritzt, Alter. Da ist die Farbe gespritzt, Alter. Da ist alles klar. Aber ist klar. Oh, nicht schlecht. Wird man mal wissen, wie es da so abgeht, oder? Bist du bloß jetzt kein Cybertech-Speicher-Zwarad-Drei-Schooler? Bist du bloß jetzt kein Cybertech-Speicher-Zwarad-Drei-Schooler? Bist du bloß! Bist du bloß jetzt nicht mehr behaupten? Bist du bloß jetzt nicht mehr behaupten? Bist du bloß jetzt nicht mehr behaupten? Bist du bloß, ich stecke auch nicht. Ich brauche was extra. Das ist aber neig. Das gab es aber damals. Das allererste Mal. Ich glaube ich nicht, das Tutorial. So wie die war's. Ich glaube ich gab's nicht! Nein. 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 Das gab es damals nicht. Ich kriege trotzdem keine Exel, oder? Einfach Hirn ausschalten und Befehle befolgen, wie ein guter Militech-Wachhund. Gar nicht schlecht. Der Militech-Algorithmus hat dich gut gefordert. Ich habe hier weitere Module, wenn du noch etwas trainieren willst. Oder du hast jetzt noch. Das Logo. Nein, wenn wir auch schon da sind, dann machen wir gleich alles, oder? Wenn dann den schon, Alter. Wenn dann den schon. Wenn dann machen wir gleich alles. Landry, ich glaube wir kriegen ein bisschen was extra von den Punkten her. Wir würden definitiv wenigstens einmal was extra kriegen. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Das ist definitiv ein gutes Zeichen. Okay, extra noch so separat. Da hole ich mir auf, wo du wieder die eine selber holst. Wo du dann wieder eigentlich quasi alles siehst. Eigentlich im Prinzip. Wo die dann quasi von automatisch dann wieder markiert werden. Finde ich jetzt persönlich. Das ist auch nicht schlecht. Kann ich vielleicht auch irgendwie schauen, dass ich den einen oder anderen ablenke. Das war interessant. Aber da geht gar nichts, gell? Ohne Ablenkung, ohne nichts, gell? Das ist ja das. Ja. Das ist ja das. Das ist mir so ein Blödsinn. Okay. Jetzt geh langsam Richtung Ausgang, ohne entdeckt zu werden. Hier geht's um Tarnon, wie schon mal eine Ninja BD erlebt? Genau so. Das war jetzt aber echt komisch, normalerweise bewegt er sich das Humme, oder? Das war jetzt, das war jetzt aber echt komisch, normalerweise bewegt er sich immer das Humme. Du hast aber eh auch gemerkt, er wollte einmal links einmal rechts gehen. Das hat man volle Wäsch gemerkt, aber volle Wäsch. Geh nicht einfach ausschalten den Scheißdreck. Geh nicht einfach um mich und leg mich am Arsch. Beinhaut, Beinhaut Digi. Muss mich ja nicht unbedingt entdecken. Nicht unbedingt, nicht unbedingt. Da, bam bam bam, da geh einfach um mich um. Da warte ich sicher zu halb, ob der nicht deppert ist. Ja genau, tschüss Bobali. Und weg bin ich. Du 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 du. Hast du gut gemacht. Stell dich auf die Plattform. Okay, zum Nachtisch noch ein paar fortgeschrittene Kampftechniken. Dann sind wir doch. Zum Nachtisch. Let's go, der wilde Hase. Let's go. Ein wirklich schmutzigen Kuschelkampf. Betritt die Area und bam. Boah, gleich mal richtig schön rein aufs Maul Digi. Aha. Okay, ich hab mir gedacht, der wärt sich wenigstens ein bisschen. Also ich muss einmal so, so Kornbau ausführen und alles drum und dran. Alles klar. Schwerenschlag haben wir auch. Ah, Ausdauer. Das ist aber neig. Also hinschlagen und alles drum und dran. Das ist eh klar, dass das Ausdauer immer verbraucht hat. Der nächste Trottel kann blocken. Muss eh, glaube ich, ganz normal noch blocken, oder? Achso. Schlage den geblockten Gegner. Alles klar. Ui, der kriegt jetzt aber auch ne schöne. Ich steppe nur noch eine. Noch eine. Ich wollte gerade sagen, so wie lange hält der das durch. Ah, ich glaube, jetzt will er einmal zuschlagen. Okay. Ich wollte schon sagen, so. Jetzt will er auch einmal. Sorry. Aber wirklich souveränt. Was? Aber wirklich souveränt, der Hund. Zwei schwere Angriffe blocken. Okay. Komm her, komm her. Ich muss blocken. Gib mir mal eine. Du musst blocken. Also. Aha. Okay. Ich muss gedrückt halten. Ich habe mir gedacht, ich muss in so einer perfekten Block. Weil ab und zu hat er sich aber auch gescheit gewehrt gehabt. Weißt du, was ich meine? Da gab es ja auch noch sowas in der Richtung. Aber da kommt der Gegnerisch ab. Angriffe. Das meine ich. Er kommt jedes Mal, wenn er zuschlägt aus dem Gleichgewicht. Nutzt das, um einen Konter zu landen. Hhhh. Hm? Mmh? Wir sind schlecht. Ja, nicht zu. Ha, 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 ha. Ausweich? Alles klar. Wieso mächt der Aus? Scheiße. Im Wegstand. Ich will, dass seine Faust nur in Luft träbte. Jetzt mit diesen.. Ausweichen takt mir ned. Du hast den Pfad des Trottels gemeistert, junger Nobise. Danke. Danke. Ja, jetzt darf ich ihn verprügeln oder was? Ah, ich muss schon drücken und den Fliegel runter. Uuuuuh, Katana, wie sexy. So kann ich ihn auch am Pfappen holen, da bist du etwas. Ja, ich muss schon drücken und den Fliegel runter. Uuuuh, Katana, wie sexy. So kann ich ihn auch am Pfappen holen, da bist du etwas. Erle, jetzt geh ich wieder. Der Schnetzel, der auch. Wie er blockt. Ich mache ihn, glaube ich, zweites Arschlag, wenn er gedeppert ist. So, zeig mir, was du gelernt hast. Oh, ich habe ihn schon gesehen gehabt. Ja, ich habe ihn schon gesehen gehabt. Jeder fuchtelt in der Luft herum. So gehört es sich, so gehört es sich. Jeder fuchtelt in der Luft herum und keiner trifft irgendwen. Okay. Wir haben ihn schon getan gehabt. Vielleicht kann ich irgendetwas machen. Weil du... Der nächste Haverer. Uuuuh, mit Rutschen alles rum und dran. Hihihihi. Super. Du machst das echt ziemlich gut. Wie bei Joey. Wie guti. Mit dem Katan, Alter. So schnell geht es. Und so schnell. Kann es enden. Ich muss den Arme noch ganz kurz ausschauen. Base dot paper. Base dot paper. Gratulation, Alter. Sonst können wir mit ihr nicht reden. Alles klar. War aber nett mit dir. Ja, war ganz nett. Ja. Aber...